Die Energie, die einem Baby übertragen wird, kommt nicht nur als Glucose. Der Körper entwickelt sich noch und das Insulinsystem muss sich noch entwickeln. Die ganze Blutzuckerrate, die Beherrschung davon muss sich noch entwickeln. Und so kriegt ein Baby nur Hälfte des Zuckers als Glucose. Die andere Hälfte als Galactose. Und diese Galactose muss umgesetzt werden in Glucose, vor dem sie gebraucht werden kann. Also es ist eine Reserve. Dass da nicht zu viel auf einmal kommt, ist da so eine kleine Reserve. Und so wie das Baby es nötig hat, ist da ein Enzym, Beta-Galactosidase, der in der Leber produziert wird. Der baut dieses Galactose um in Glucose, so wie das Baby es nötig hat. Sobald ein Säugetier entwöhnt ist, genau wie bei Renin, schaltet dieser Gen aus. Also Erwachsene haben kein Beta-Galactosidase oder der Gen ist so unter Druck, dass da nur ganz wenig produziert wird. Aber meist gar nichts. So jetzt haben wir ein Problem. Wenn wir als Erwachsene Milch bekommen und wir verdauen das Lactose und wir ändern es um in Glucose und Galactose. Glucose gebrauchen wir. Galactose, was fangen wir damit an? Gar nichts. So was macht der Körper damit? Er muss es irgendwo stauen. Und so staut das in der Haut oder unter der Haut und dann wird man knobbelig und dann sieht das aus wie Cellulit. Oder im Auge und dann hat man grauen Starr endgültig. Und das ist Galactose, den man nicht verarbeiten kann. Und andere Plätze, wo er abgelagert wird, in den Gelenken und trägt dazu bei, dass man nachher Gelenkschmerzen bekommt und, und, und. Das hört nicht auf. Da sind so viele Plätze, wo er abgelagert wird. Erwachsene mit hoher Lactase-Aktivität, die große Mengen an Milchverzehren leiden unter Galactose-Problemen, Ansammlung von Galactikol in der Augenlinse und größere Gefahr, Altersstaat zu entwickeln. Postgraduate-Medicine, da ist die medizinische Verweisung. Also das ist der Grund, warum dieses passiert. Hier ist noch eins, Journal of American Medical Association. Fett und Cholesterin, das ist eigentlich logisch. Milchprodukte liefern Fett und Cholesterin zur Mahlzeit. Aber das ist nicht das einzigste Problem. Das Fett, das wir in Milch haben, ist oxidiertes Cholesterin. Und oxidiertes Cholesterin ist wesentlich gefährlicher als nicht-oxidiertes Cholesterin. Und Milch, weil es mit der Luft in Berührung kommt, beim Melken und nachher in der Flasche und beim Gießen und bei diesem und jenem, ist oxidiertes Cholesterin. Ein Baby, das die Milch direkt von der Brust trinkt, schaltet diesen Oxidierungsprozess aus. Also wiederum ein Problem. Dann Milch und Fett. Ärzte und Ernährungsfachleute wussten schon lange, dass fettreiche Nahrungsmittel, wie zum Beispiel Milchprodukte aus einer ganzen Reihe von Gründen, zur Fettleibigkeit beitragen. Eigentlich ist es doch logisch. Eine Studie in Cambridge Universität beim Dunn Nutrition Center fragt sich die Frage, sind alle Kalorien gleich? Und die Antwort ist, ja, theoretisch sind sie gleich, aber im Körper nicht. Fettkalorien gegenüber, sagen wir mal, Kohlenhydratenkalorien werden ganz anders gespeichert. Weil Kohlenhydrate schon teils oxidiert sind. Wenn man sich das Molekül ansieht, dann sind da doch Sauerstoffatome drin. Wogegen dem Fett nicht. Also wenn der Körper wählen kann, was brennt er zuerst, dann brennt er Glucose zuerst. Das ist der Stoff, der für die Energie gebraucht wird, für alle Lebewesen. Also erst Glucose. Wogegen Fett? Nein. Erst als zweite Wahl. Also wenn ich Fett esse, und ich habe Kohlenhydrate auch in der Ernährung, was gebrauche ich für meine Energie? Kohlenhydrate. Also was macht der Körper mit dem Fett? Speichert ihn. Ist logisch. Dann sitzt er da. Also Fett macht Fett. Kohlenhydrate gegenüber können die gleiche Kaloriewert haben, aber weil man ihn verbrennt, und als erstes verbrennt, wenn er vollwertig ist, viel weniger geneigt, um Fett zu machen. Aber das ist nur ein Ding. Und wir schauen weiter. Milchprodukte, die überhaupt keine Ballaststoffe und komplexen Kohlenhydrate enthalten, liefern etwa so viel Fett, wie sie in der Natur aus enthalten. Ein Glas Milch besteht zu 49% aus Fett. Schweizer Cheddar-Käse 65%, Eis und Joghurt 50%, sogar Magermilch und fettfreier Hüttenkäse von dem verbrauchten fälschlicher Annehmung, sie seien der Tat fettfrei, besitzen einen Fettanteil von 20%. Gut, jetzt wieso verkaufen sie uns die Milch mit 2% und 3% Fett? Sie messen es gegen Wasser in der Milch und nicht gegen die Nahrungsmittel in der Milch. Also wenn man Fett mit den Kohlenhydraten und den Eiweiß vergleicht, dann ist es natürlich ein sehr hoher Prozentsatz. Aber kein Mensch würde es kaufen, wenn da so eine Werbung käme. Also hier, kauf Kuhmilch, ist nur 56% Fett. Ich meine, da würde ja jeder sagen, das ist ja Quatsch. Aber 3% gegen 2%, das hört sich ja nicht so schlimm an. Also was sagt die Werbung? Die Werbung sagt genau das Gegenteil. Die Milch macht's, auch beim Abnehmen unbedingt Milchprodukte, verringert das Milchkalzium das Risiko, dass Übergewicht überhaupt erst entsteht. Das ist doch Quatsch. Ja, nein, nein. Die Medizin hat erwiesen, das Fett macht Fett, Milchfett macht Fett. Was hat das Kalzium zu tun mit einer Verringerung des Gewichts? Überhaupt gar nichts. Also die Werbung. Lügt. Gut, Cholesterin haben wir schon eigentlich besprochen. Durchschnittlich Milchverbrauch heute, ca. 750 kg täglich, enthält 160 mg Cholesterin. Das ist recht viel. Damit kann man ohne gut zurechtkommen. Diese Cholesterinmenge entspricht dem Anteil in ca. 53 Schinkenscheiben. Wer würde 53 Schinkenscheiben schon verzehren? Ich glaube keiner, ne? Ich denke nicht. Also Diabetes. Hier haben wir eine Autoimmunerkrankung beim Diabetes Typus 1. Und hier ist American Journal of Clinical Nutrition und sagt, Insulinabhängiger Diabetes, das ist Typus 1, oder Juveniladiabetes, wird mit Milchprodukten in Verbindung gebracht. Ja, warum? Weil das Eiweiß, Cassin, bestimmte Aminosäuren in einer bestimmten Reihenfolge enthält, dass wenn dieser Teil zufälligerweise früh in der Entwicklung, in den ersten Monaten der Entwicklung aufgenommen wird ins Blut, macht der Körper einen Antikörper. Und das Eiweiß auf unseren Insulinproduzierenden Zellen, den Beta-Zellen, den Pankreas, hat genau die gleiche Reihenfolge. Und somit macht der Körper einen Antikörper gegen unsere eigenen Insulinproduzierenden Zellen. Und irgendwann mal kann es, oder braucht nicht unbedingt, aber kann aktiviert werden. Und dann plötzlich.